Schauspieler wollte ich schon immer werden. Also in den Kinderjahren habe ich das immer schon gemerkt, dass mich das interessiert. Hab dann aber ganz viele andere Sachen gemacht, weil das bei uns nicht so, da wo ich herkomme, nicht so üblich ist. Und mit 26 habe ich dann gemerkt irgendwie, nee, das was ich bisher alles so gemacht habe, das ist nicht so mein Ding. Ich probiere es jetzt mal, mich auf einer Schauspielschule zu bewerben. Das habe ich dann gemacht. In Magdeburg wurde ich eingeladen und dann bin ich hierher gekommen. Da habe ich vorgesprochen und fand das total super, weil das Team war ziemlich oder ist ziemlich jung. Das hat mich sehr gereizt und ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch in der Stadt hier. Ich fand das richtig schön in Magdeburg und dann haben die mir ein Angebot gemacht und da habe ich gesagt, ja klar, dann komme ich für zwei Jahre. Mein Beruf macht mir besonders viel Spaß, so Stücke zu lesen, in so verschiedenen Welten einzutauchen, verschiedene Charaktere von Figuren kennenzulernen. Man beschäftigt sich dann auch immer mit der Zeit, wo hat das gespielt, was war damals gerade so. Man lernt da halt einfach auch viel. Und dadurch lerne ich mich auch selber privat dann auch besser kennen. Es gibt so Stücke, wo ich mich total wohl fühle, da bin ich jetzt nicht aufgeregt. Und es gibt jetzt Stücke, die auch vielleicht ein bisschen eine größere Herausforderung jetzt sind für mich, wo ich mir unsicher bin auch. Klappt das so, dann ist man dann schon angespannt, ein bisschen aufgeregt. Aber sobald es losgeht, ist es weg. Also da denkst du nicht dran. Also sobald der Vorhang aufgeht, stehst du da und dann läuft es. Die Regisseurin hat immer gesagt, auch beim Proben, wenn wir so einen Durchlauf machen, wir sehen uns danach. Und das ist eigentlich auch so das Gefühl auf der Bühne dann. Man ist aufgeregt, man konzentriert sich, geht da rein, spielt, ist da in dem Moment und danach ist man wieder da irgendwie so. Also Existenzängste hast du in dem Beruf ständig. Weil es beginnt schon mal in der Ausbildung, eben man hat nicht viel Geld, Studenten, wir kennen das. Und dann, okay, was macht man denn? Es gibt so viele Schauspieler. Also die Arbeitslosenrate in dem Beruf ist extrem hoch. Und jetzt habe ich auch zum Beispiel einen Vertrag für zwei Jahre. Und was danach ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß zum Beispiel, was mir gut tut. Also eben Kaffee trinken, ganz viel. Netflix gucken, ist bei mir total wichtig. Ich liebe Serien, ich liebe auch Filme, Fernsehen, weil du kommst da wieder mal weg. Du kannst dich da in so was anderes reinfallen lassen und das mag ich eigentlich. Viel mit Freunden unternehmen, rausgehen, spartieren gehen. Und das ist so die Zeit, wo ich dann für mich dann wieder so Kraft tanke. Also wenn ich ganz gerne spielen wollen würde, wenn da mal so eine Verfilmung oder irgendwas kommen würde, David Bowie. David Bowie finde ich super. Weil der so eine magische Figur ist, der so mystisch ist. Wie so eine Fee oder so ein Engel, der durch die Welt geglitten ist irgendwie. Und ich finde das super. Also wenn die Leute dann applaudieren nach der Vorstellung, das ist einfach das Beste, was es gibt. Weil das erfüllt einen. Also das ist so, da geht einem das Herz auf dann. Dafür macht man es dann. Dann weiß man, okay gut, diese ganzen Erfahrungen, Negativ-Tiefschläge und so weiter, alles, vergiss es. Dafür macht man es dann. Das ist eigentlich schon der beste Lohn irgendwie. Das geht's jetzt. Vielen Dank.